Hey Leute und willkommen zu diesem ganz kurzen Video. Heute geht es darum, wie ihr diesen rosenen, lästigen Geist loswerdet. Den ein oder anderen von euch interessiert das vielleicht und das ist ziemlich easy. Der Geist möchte einfach mal kurz nach Hause. Sein Zuhause ist genau hier unten. Also betretet mal die Hütte. Der Geist erinnert sich dann dran, dass er hier zu Hause war und danach könnt ihr ihn zum Friedhof bringen, damit er seine Ruhe finden kann. Hier ist sein Grabstein sozusagen. Also geht dort mal kurz hin und der Geist verabschiedet sich dann von euch. Ihr bekommt noch ein cooles Geschenk und zwar eine Feenflasche und danach könnt ihr weitermachen. Ihr könnt zum Beispiel ein paar Dungeons erledigen oder schaut euch mal mein nächstes Video an. Da geht es um das Labyrinth der Farbe. Das könnt ihr im Anschluss auch direkt machen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Macht's gut und ciao. Ciao.